Man denkt halt immer bei IT-Sicherheit, oh, das ist so kompliziert und das ist nur was für Nerds und so. Das stimmt halt einfach nicht. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Sebastian Spallek und heute spreche ich mit Max. Hallo, ich bin Max Hoppenstedt und beschäftige mich als Netzweltredakteur beim Spiegel viel mit den Themen IT-Sicherheit, Datenschutz und der weiten Welt des Hackings. Und natürlich geht es dabei auch immer wieder darum, was ein Passwort eigentlich sicher macht. Jedes Jahr am 1. Februar ist der Ändere-dein-Passwort-Tag. Der soll uns, ziemlich selbsterklärend, daran erinnern, dass wir mal wieder unsere Passwörter wechseln. Denn gerade mit der Cybersicherheit, da gehen wir ja gern mal etwas lockerer um. Da entscheiden sich viele für ein eher einfaches Passwort und benutzen das dann gleich bei allen Benutzerkonten am Smartphone und am PC. Aber leider, und das wissen wir auch, sicher ist das nicht. Max Hoppenstedt ist Redakteur in der Netzwelt des Spiegel und kann uns erklären, warum es starke Passwörter braucht. Bringt es wirklich was, seine Passwörter öfter zu wechseln? Und was soll ich machen, wenn mein Handy mal verloren geht? Das erklärt uns Max in dieser Folge. Max, schön, dass du Zeit hast. Für die Hörer und Hörerinnen sollten wir das gleich mal klären. Wir kennen uns, du bist auch Spiegel-Redakteur hier in Berlin. Und ich habe jetzt hier mal eine kleine Liste mitgebracht. Die beliebtesten deutschen Passwörter 2020. Auf Platz 1, da ist das Passwort. Jetzt kommt es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, genau. Auf Platz 2 das Gleiche, nur dann geht es bis 9. Und auf Platz 3 ist das Passwort. Passwort. Also was würdest du sagen, welches davon ist dann noch das sicherste? Also nach den formalen Kriterien zu urteilen, wäre es wohl das, was bis zur 9 geht. Das sind immerhin 9 Ziffern. Das ist schon mal besser als 6 oder ein existierendes Wort. Aber wie zu erwarten, die sind alle nicht besonders gut. Das habe ich mir schon gedacht. Also sag mal, was macht denn ein sicheres Passwort aus? Also ein sicheres Passwort sollte mindestens 8 Zeichen lang sein. Besser sind immer mehr. Man kennt das vielleicht, wenn man einen neuen Account irgendwo anlegt, dann steht da auch, ihr Passwort sollte mindestens 8 Zeichen lang sein und Großbuchstaben enthalten. Das sind die Mindestanforderungen. Man sieht leider, wenn man mit Experten spricht, bestätigen die einem das auch. Die Leute benutzen leider immer genau das, was sozusagen mindestens gefordert ist. Ich zum Beispiel benutze gerne Passwörter, die noch länger sind. Wenn ich jetzt sagen würde, wie lang all meine Passwörter sind, wäre das übrigens auch nicht besonders sicher. Weil das würde sozusagen was verraten. Aber grundsätzlich gilt, je länger, desto besser. 20 Zeichen sind besser als 12. Viele benutzen ja auch eher einfache Passwörter, einfach weil man sie sich besser merken kann. Hast du denn einen Trick, wie man sich ein Passwort erstellt, das leicht zu merken ist, man aber dann trotzdem alle Anforderungen erfüllt? Ja, ich höre die Hörerinnen und Hörer natürlich schon stöhnen. Und ich kenne das auch irgendwie, da ich viel über IT-Sicherheit berichte, werde ich dann auch gerne im Bekanntenkreis gefragt. So, hey, was mache ich denn mit dem Passwort? Und wenn ich dann sowas sage wie eben, ja, 12 bis 20 Zeichen, dann sagen die so, oh, wie soll ich mir das merken? Das ist sozusagen blöd. Es klingt auf den ersten Blick kompliziert, es gibt aber einige einfache Methoden. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beispielsweise, die empfehlen so Passphrasen sich zu merken. Also zum Beispiel, am liebsten esse ich Pizza mit vier Zutaten und extra Käse. Das empfehlen die auf ihrer Webseite. Und dann nehmen sie davon einfach immer den Anfangsbuchstaben. Das wäre jetzt A, L, E, I, P und so weiter und so fort. Das wäre jetzt nicht so eine gute Idee, genau dieses Passwort zu nehmen. Denn die Empfehlung gibt es ja schon, da kommen sozusagen auch Cyberkriminelle drauf. Dann ist das schon ein einfacher Weg, also einen Satz zu nehmen, der mehr als acht Wörter hat oder acht Wörter und dann darin Groß- und Kleinschreibung zu beachten und immer die ersten Buchstaben davon. Wie wichtig ist es denn eigentlich, verschiedene Zeichen drin zu haben? Also zum Beispiel Buchstaben, Zahlen oder einen Hashtag? Ja, also Groß- und Kleinschreibung drin zu haben ist gut, Zahlen drin zu haben ist gut und Umlaute, Sonderzeichen drin zu haben ist auch gut. Wenn sie jetzt noch einen kyrillischen Buchstaben, einen Buchstaben aus der kyrillischen Tastatur mit reinmachen, noch besser, noch was aus dem griechischen Alphabet und wenn sie jetzt noch irgendwie eckige Klammern drin haben, dann wird es immer sicherer. Stichwort, ändere deinen Passwort-Tag. Denkst du denn eigentlich, es ist nötig, öfter mal sein Passwort zu wechseln, auch wenn man schon Gutes hat? Ja, also das ist so in IT-Sicherheitskreisen und Nerdkreisen eine ewige Debatte. Man muss nicht jeden Monat sein Passwort wechseln, wenn man gute Passwörter hat. Es erhöht natürlich schon die Sicherheit, aber es bringt halt nichts von Passwort zu 1234 wechseln und dann einen Monat später zu Passwort 2020 und so weiter. Besser ist, einmal ein sicheres Passwort zu haben und dann eben dabei zu bleiben und vielleicht das ab und an mal zu wechseln. Was, glaube ich, immer beliebter wird, sind so Passwortmanager. Da wird das Passwort dann quasi am PC erstellt und gespeichert. Man muss sich selbst halt keins mehr merken. Was würdest du sagen, wie sicher ist das? Also, wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umhöre, dann nutzen das eigentlich relativ wenige, finde ich, beziehungsweise noch zu wenige. Das ist eigentlich eine Maßnahme, mit der man echt ganz einfach seine IT-Sicherheit erhöhen kann. Denn diese Passwortmanager erstellen für einen selber sichere Passwörter und man muss nichts weiter tun, außer diese App einmal zu installieren und dann ist das über alle Geräte verbreitet. Da gibt es verschiedene von großen Anbietern. Das ist sehr sicher. Die größte Gefahr ist ja im Grunde genommen, dass dieser Dienst jetzt gehackt wird. Man hat so ein bisschen Angst, hey, jetzt vertraue ich einem Dienst all meine Passwörter an. Das ist ja jetzt überhaupt nicht gut. Das ist aber, soweit öffentlich bekannt, noch nicht vorgekommen, dass da die Passwörter irgendwie im Klartext abgeflossen sind. Von daher kann ich wirklich sagen, das ist sehr, sehr sicher. Vor allen Dingen, weil das sind halt Passwörter, die kann ich nicht knacken, die da erstellt werden. Und ich muss sie mir nicht merken. Das ist ja das größte Problem. Natürlich geht es bei der Cybersicherheit auch um Smartphone. Das hat ja meistens nur einen Zahlencode zum Entsperren. Wie kann ich den denn so sicher wie möglich gestalten? Ja, das ist eine gute Frage, an die eigentlich denken da wenige dran. 1, 2, 3, 4 ist nicht sicher, gilt auch hier. Und das beliebte, weiß ich nicht, X einmal quer rüber oder so, ist eben auch nicht sicher. Es sollte eine zufällige Zahlenreihenfolge sein. Ich zögere ein bisschen, das zu empfehlen, aber beispielsweise ein Geburtsdatum ist jetzt nicht völlig unsicher. Vorausgesetzt, ich habe nicht auf all meinen Social-Media-Profilen mein genaues Geburtsdatum angegeben. Dann ist das wiederum nicht so eine gute Idee. Ich habe mal einen Forscher interviewt, der genau dazu geforscht hat. Und der hat mir die schöne Geschichte erzählt, dass er eben auf einer Party war. Und da lief irgendwie Musik auf Spotify, auf dem Handy von einem Unikollegen von ihm. Und das war aber Musik, die ihm nicht gefiel. Und er wollte das umstellen. Und dazu musste er aber das Handy entsperren. Jetzt wusste er, dass der Fan ist von Borussia Dortmund. Dann hat er eben einfach 1909, weil BVB 1909 eingegeben. So, dann hat er Zugang zum Handy. Also das ist dann in dem Fall auch kein guter PIN. Okay, also einfach eine random Nummer. Genau, einfach eine random wahllose Nummer. Man kriegt es ja auch immer mal wieder mit, dass Passwörter geleakt, also veröffentlicht werden. Wenn mein Passwort veröffentlicht wird, was kann ich dann machen? Also das Passwörter geleakt werden ist tatsächlich eine der größten Bedrohungen. Denn was da passiert ist, dass von großen Seiten, zum Beispiel LinkedIn bei dem Karrierenetzwerk, ist es passiert, dass die gehackt werden. Und dann werden diese Daten rumgereicht in Hackerforen, auf Portalen im Darknet, wo es für teilweise wenige Euro Zugang gibt. Und dann sind die eben zugänglich für Cyberkriminelle, die sich daran bedienen. Und was die dann machen, ist, die kriegen dann da die Kombination von einer E-Mail-Adresse, die als Login benutzt wurde, und einem Passwort. Und dann probieren die das einfach aus, auf Google, Facebook, Instagram, allen möglichen großen Seiten. Und wenn das Passwort, wenn ihr das zum Beispiel zweimal benutzt habt, dann habt ihr jetzt echt ein Problem. Man kann sich dagegen aber schützen. Und wie? Das ist relativ einfach. Es gibt Portale, die eben das abfragen, ob in diesen Datenbanken schon mal eine E-Mail-Adresse aufgetaucht ist. Da gibt es zum Beispiel eines vom Hasso-Plattner-Institut. Das ist ein IT-Institut, was an der Uni Potsdam angedockt ist. Und diese Seite heißt Identity Leak Checker. Da gibt man eben die E-Mail-Adresse ein. Und dann wird man benachrichtigt, ob dieses Passwort schon mal in einer dieser Datenbanken aufgetaucht ist. Wenn das der Fall ist, sollte man dieses Passwort unbedingt wechseln. Okay, den Link zu diesem IT-Institut werden wir in den Shownotes speichern auf jeden Fall. Du sagst also, wenn ein Passwort geleakt wird, dann ist das mit die größte Bedrohung. Aber jetzt mal ganz grundlegend. Welche Gefahren gibt es denn eigentlich noch? Also vor was muss ich mich genau schützen? Die Gefahren aus dem Netz, das klingt irgendwie, naja, so ziemlich 90er für mich. Ja, es klingt so ein bisschen 90s. Das stimmt. Man muss halt gucken, dass man eine gute Balance findet. Es gibt in der IT-Sicherheit diesen Fachbegriff, der heißt Threat Modeling. Das bedeutet auf Deutsch, man sollte sich überlegen, wie gefährdet ist man eigentlich? Also so als Einzelperson ist es jetzt nicht so, dass bloß, wenn man einen Browser aufruft, man gleich gehackt wird. Ich würde auch davor warnen, immer totale Panik zu bekommen. Auch wenn wir jetzt hier drüber reden, ja, man kann gehackt werden, persönliche Daten können gestohlen werden. Das steht natürlich viel auf dem Spiel. Aber es ist jetzt nicht so, dass man bloß, wenn man einmal ins Netz geht, gleich irgendwie gehackt wird. Was würdest du denn sagen, ist dann für den ganz normalen PC- und Smartphone-User dann wirklich eine reale Bedrohung? Die größte, weit verbreitetste Bedrohung sind diese Verschlüsselungstrojaner beispielsweise, Ransomware. Und was dort passiert ist, man klickt einmal in einer E-Mail auf einen falschen Link oder einen Anhang und dann hat man plötzlich ein kleines Programm auf seinem Computer, was alle Daten verschlüsselt. Und man muss eben einen bestimmten Geldbetrag in Bitcoin bezahlen, in dieser Digitalwährung und dann geben die Angreifer die Daten wieder frei. Das ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Problem, was bestehende Sicherheitslücken ausnutzt und was über E-Mails kommt. Das heißt, da sollte man aufpassen, dass man nicht auf Links in E-Mails einfach wahllos klickt, ohne nachzudenken. Okay, aber wenn mir jemand einen Link in der Mail schickt, dann drücke ich dafür gewöhnlicher schon drauf. Woran erkennt man denn jetzt so einen fragwürdigen Link? Das erkennt man daran. Das ist ein bisschen blöd, weil die Mailprogramme sind so aufgebaut, dass man den Absender immer als den Namen angezeigt bekommt. Also wenn ich eine Mail von dir bekomme, dann steht da irgendwie Sebastian Spalek und nicht deine Mail-Adresse. Man kann das eben so tarnen, dass da steht, Sebastian Spalek, in Wirklichkeit bist du aber ein Hacker von irgendwo. Man kann aber nachschauen, indem man einen Rechtsklick darauf macht beispielsweise oder mit der Maus darüber fährt, dass dann die E-Mail-Adresse in voller Länge angezeigt wird. Und wenn da gar nicht deine offizielle Mail-Adresse steht, die ich von dir kenne, sondern eine andere, dann sollten schon mal alle Alarmglocken angehen. Und das Gleiche ist halt auch bei dem Link. Da kann jetzt stehen, www.spiegel.de und dann irgendeinen Link zu einem Artikel. Aber in Wirklichkeit verbirgt sich dahinter ein anderer Link und auch das kann man rausfinden mit einem Rechtsklick da drauf oder wenn man mit der Maus da drüber fährt. Es ist aber tatsächlich tückisch, weil es gibt zum Beispiel Schadsoftware, die antwortet auf E-Mails. Also die antwortet auf eine ewig lange Mail-Unterhaltung, die wir beide hatten. Und dann glaubst du natürlich, das ist vertrauenswürdig, an die Mail-Unterhaltung kannst du dich erinnern. Und da steht das drin. Also aufpassen, wenn einem da was komisch vorkommt, lieber mal vorsichtig sein, lieber nachgucken, im Zweifel auch die Person anrufen. Ich könnte dich dann anrufen und sagen, sag mal, hast du mir eigentlich gerade eine Mail geschickt, in dem du mir diesen Link zu dieser obskuren Webseite schicken wolltest? Und wenn du dann sagst, nee, habe ich nie getan, dann sollte ich auch nicht draufklicken. Für den Fall, ich habe es dann trotzdem draufgeklickt. Mein PC ist also infiziert. Ich will natürlich jetzt keinen Geldbetrag zahlen. Ich habe ja nicht mal Bitcoins. Was soll ich da machen? Also das Erste, was man machen sollte, ist mal den Rechner vom Netz trennen beispielsweise, weil die Daten ja oft dann übertragen werden an die Hacker, wenn Daten abfließen oder wenn Daten verschlüsselt werden, dass das dann versucht, sich noch weiter zu verbreiten und weitere Opfer zu finden. Und dann ist es tatsächlich sehr gut, wenn man Backups hat. Man sollte Backups haben und man sollte seinen Computer dann neu von diesem alten Backup aus einem Stadium, wo man nicht infiziert war, wieder erstellen, zurücksetzen praktisch. Also eigentlich auf Deutsch gesagt den Rechner platt machen und neu aufsetzen. Man kann natürlich auch, wenn man nicht so computeraffin ist, zu einem Experten gehen und sich da irgendwie beraten lassen. Aber im Grunde genommen kann es auch jeder selbst machen. Das ist der sicherste Schritt, den man machen kann. Und das Backup setzt dann quasi den PC vor den Angriff zurück. Genau, genau. Da kann man natürlich Daten verlieren, wenn man in der Zwischenzeit irgendwie wichtige Sachen erstellt hat. Wenn man noch Zugriff auf seinen Computer hat, kann man versuchen, die irgendwie zu retten. Aber in den meisten Fällen wird man darauf keinen Zugriff haben. Und es gibt eben einfach die Möglichkeit, alle Daten zu löschen von einem Computer und das Betriebssystem neu aufzuspielen und den alten Zustand des Computers wieder herzustellen. Hört sich ja krass an. Ich kenne auch immer noch Leute, die gehen das mit den Daten bis heute mega nachlässig an. Also so nach dem Motto, ich habe doch gar keine sensiblen Daten und nichts zu verstecken. Also muss ich doch auch nicht aufpassen. Was entgegnest du da? Ja, das ist natürlich eine sehr bequeme Aussage und stimmt so einfach nicht. Jeder, der irgendwie online ist, hat potenziell schon mal mit einer Kreditkarte, was online gekauft hat, da seine Kreditkarte hinterlassen. Kreditkartenbetrug ist ein total weit verbreitetes Problem im Bereich Cybercrime, dass Leute einfach Geld verlieren. Die meisten Leute benutzen Online-Banking. Auch da besteht die Gefahr, dass der Zugang zu diesem Online-Banking gehackt wird und das Geld irgendwo hin überwiesen wird und weg ist. Das gab es alles schon und gibt es alles die ganze Zeit. Also das findet die ganze Zeit statt als Gefahr. Also man sollte sich da wirklich schützen und man denkt halt immer bei IT-Sicherheit, oh, das ist so kompliziert und das ist nur was für Nerds und so. Das stimmt halt einfach nicht. Wenn man sowas wie einen Passwortmanager benutzt, dann ist man auf einen Schlag sehr, sehr viel sicherer und das lohnt sich einfach. Und was für Sicherheitstipps Max zum Thema Online-Shopping hat, erzählt er euch nach dem Spot. Hallo, mein Name ist Heike Lecker. Ich bin Ärztin und leite das Gesundheitsteam beim Spiegel. Ich erinnere mich noch genau, als meine Kollegin vor einem Jahr an Silvester das erste Mal über eine mysteriöse Lungenerkrankung in China berichtete. Jetzt haben wir Corona und das Virus lässt uns nicht mehr los. Wir berichten täglich über die infizierten Zahlen, wir fragen, was auf den Intensivstationen in unserem Land geschieht und wir analysieren, welche Behauptungen rund um das Virus und die Impfstoffe einem Faktencheck standhalten. Und wir sprechen natürlich mit Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind oder waren. Meine Mission ist dabei, so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, denn das brauchen wir jetzt in der Pandemie. Wenn Sie uns bei dieser Arbeit unterstützen wollen, können Sie das am besten, wenn Sie Abonnent werden. Und das geht unter spiegel.de slash Abo. Und wenn Sie schon Spiegel Plus Abonnentin sind, vielen Dank. Stichwort Kreditkarte. Eine andere Gefahr, die mir noch so einfällt, ist Online-Shopping. Woran erkenne ich denn jetzt eigentlich einen Händler, den ich besser mal nicht vertrauen sollte? Also wie erkenne ich unseriöse Angebote? Also das ist sehr weit verbreitetes Problem, diese sogenannten Fake-Shops, also Shops, die irgendwie die Ware dann gar nicht verschicken, aber deine Kreditkartendaten abfischen. Da sollte man tatsächlich zuallererst mal irgendwie seinem gesunden Menschenverstand vertrauen, sage ich mal. Also wenn man ein Angebot sieht für eine Playstation, die einfach 150 Euro günstiger ist als alles andere, was es überall sonst gibt und die Playstation ist überall ausverkauft, das ist vielleicht auch zu schön, um wahr zu sein. Ansonsten kann man das tatsächlich an den Domains erkennen der Seiten, also an dieser Web-Adresse. Wenn die irgendwie komisch aussieht, eine komische Endung hat, nicht irgendwie nach einer seriösen Seite aussieht, manchmal verraten die sich auch schon durch Rechtschreibfehler, dann sollte man hellhörig werden. Impressum vielleicht auch nachgucken? Ja, Impressum ist auch eine gute Idee, genau, wenn da nichts angegeben ist, wobei das natürlich auch manchmal vorgetäuscht sein kann. Ansonsten auch Bewertungen, auch das kann natürlich gefälscht sein, aber wenn es kaum Bewertungen für die Seite gibt oder nur wenige, der beste Indikator ist wirklich, ich habe mit einem Cybercrime-Ermittler geredet, der hat halt gesagt, ja, jetzt kommt die neue Playstation raus, jetzt kommen hier wieder Dutzende Fake-Shops, weil die einfach genau darauf anspringen, was besonders gefragt ist und es dann einfach besonders günstig anbieten und dann ist es einfach meistens echt so schön, um wahr zu sein. Ja, die Playstation war ja überall ausverkauft, hätte ich auch gerne eine gehabt. Also die Playstation ist echt ein Problem, gerade in der Corona-Zeit natürlich sind diese Fake-Shops auch nochmal eine beliebte Methode. Gibt es eigentlich auch Gefahren bei Seiten, die eigentlich vertrauenswürdig sein müssten? Also zum Beispiel Websites von großen sozialen Medien oder so? Also bei den großen sozialen Medien ist die Gefahr eigentlich eher gegeben, dass man darüber zu viel über sich preisgibt. Es gibt zum Beispiel Fälle, wo Leute auf WhatsApp oder Facebook angeflirtet werden, dann irgendwie in diesen Chat einsteigen und irgendwann empfiehlt ihnen das Gegenüber, auf eine Bitcoin-Masche reinzufallen, wo dann ein Betrug stattfindet und dann sind sie Zehntausende Euro los. Also sowas ist was, wo man da tatsächlich verwickelt wird. Was anderes ist, dass man einfach wirklich sehr viel über sein Leben preisgibt und postet, wo man wohnt und mit seinem Reichtum protzt und dann irgendwie postet, ja jetzt bin ich weg. So das kann auch eine Einladung sein für Hacker im echten Leben, nämlich Einbrecher, dass sie dann halt in die Wohnung einsteigen. Also da sollte man auch überlegen, was man da eben von sich postet. Bleiben wir mal bei den sozialen Medien. Du sagst, eine Gefahr, die da besteht, ist, dass man zu viel von sich preisgibt. Was könnte jetzt jemand mit bösen Absichten, sage ich jetzt mal, einfach mit einem Geburtsdatum und einem Namen schon machen? Also Geburtsdatum und Name sind ja zum Beispiel was, was oft in Passwörtern irgendwie auch gerne benutzt wird, dass man sein Geburtsdatum da noch hinten dran hängt oder das Geburtsdatum der Tochter, des Sohnes, des Hundes. Wenn man sich jetzt denkt, ja, das ist doch jetzt aufwendig, all diese Geburtsdaten da einzugeben. Es gibt natürlich Programme, die das automatisieren. Das ist für Angreifer eigentlich viel einfacher, als man denkt oft. Die E-Mail-Adresse kann halt ein Einfallstor sein, um damit zu probieren, sich in andere Konten einzuloggen. Weil wenn ich jetzt deine E-Mail-Adresse beispielsweise kenne, dann kann ich mir denken, ah, damit hat der bestimmt einen Google-Account. Dann gucke ich mal, was die Standardpasswörter sind, die lasse ich dann da so rüberlaufen. Das findet man eben im Netz und vielleicht komme ich rein und plötzlich bin ich in deinem Google-Account und habe deine Mails und von da aus kann ich mich natürlich weiter durchklicken. Vielleicht machst du damit auch irgendwie dein Online-Banking oder kommunizierst mit deiner Bank und so kann ein Angriff dann plötzlich ganz schön verheerend werden, bloß weil die eigene E-Mail-Adresse immer bekannt geworden ist. Grundsätzlich würde ich sagen, in sozialen Netzwerken ist das Problem eher der Datenschutz. Zum Datenschutz fallen mir auch Apps ein mit so seltsamen Sonderrechten. Schon ein bisschen länger her, aber ich hatte mal so eine Taschenlampen-App und die wollte dann zum Beispiel Zugriff auf meine Kontakte. Da habe ich mich dann auch gefragt, ob das jetzt sein muss. Warum muss eine Taschenlampen-App wissen, wer in deinem Adressbuch ist? Total berechtigte Frage, das ist absolut nicht notwendig. So Taschenlampen-App oder Wetter-Apps sind da Beispiele, die es immer mal wieder gibt. Wobei tatsächlich bei Apps würde ich auch sagen, die können auch echt eine Gefahr für die IT-Sicherheit sein. Da gibt es ein ganz großes Problem. Wenn du jetzt zum Beispiel diese einen Taschenlampen-App suchst, die irgendwie ganz beliebt ist und dann gibt es aber zehn andere, die die geklont haben und so aussehen, als wären sie diese Taschenlampen-App, die aber dann schädliche Sachen machen, weil eine App kann auf dem Handy natürlich viele Berechtigungen haben, kann viele Sachen machen. Das ist sozusagen ein Einfallstor. Da muss man immer gucken, wer ist eigentlich der Entwickler von der App? Das steht sowohl im App Store von Apple als auch im Google Play Store steht das immer dabei. Und wenn das WhatsApp ist, aber nicht von Facebook, sondern von irgendeiner obskuren Klitsche entwickelt, sage ich mal, dann ist es nicht das WhatsApp, was man installieren sollte zum Beispiel. Also bevor ich mir was runterlade, genau durchlesen, auf was die App alles zugreift und auch mal skeptisch sein, wenn eine Taschenlampe oder eine Wetter-App wissen will, wer meine Kontakte sind oder? Genau. Und auch gucken sozusagen, wer der Entwickler ist eigentlich. Das ist immer so ein gutes Zeichen. Dasselbe gilt ja eigentlich auch für so Browser-Erweiterungen. Ich habe mir da eine ganz praktische geholt, die Rechtschreibfehler korrigiert. Würdest du da auch sagen, eher vorsichtig damit umgehen? Also Browser-Erweiterungen sind natürlich sehr praktisch. Auch da sollte man sich nur die besorgen, die sozusagen von seriösen Anbietern sind, wo bekannt ist, dass die viel benutzt werden, dass die gute Bewertungen haben. Von irgendwie obskuren, kleineren Browser-Erweiterungen würde ich abraten. Da gibt es dann so Beispiele, wie dass sie die Rechenkraft des eigenen Computers nutzen, um irgendwie damit Geld zu verdienen, weil sie Digitalwährungen meinen. Und plötzlich ist der eigene Rechner langsamer, nur wenn man irgendwie eine Browser-Erweiterung hat oder eine bestimmte App. Das ist natürlich nicht gut. Okay. Neben den Passwörtern und dem genauen Durchlesen der Rechte, wie kann ich mich sonst schützen? Also hilft beispielsweise das regelmäßige Updaten des Computers und des Handys? Ja, das ist noch ein weiterer sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also ich würde sagen, die Reihenfolge, in der man das machen sollte, sind die Passwörter, worüber wir am Anfang gesprochen haben und dann den Computer immer auf dem neuesten Stand halten und das Handy immer auf dem neuesten Stand halten. Es gibt ja dann diese Erinnerungen und man sollte nicht ewig lange auf Morgen updaten oder heute Nacht installieren klicken, sondern man sollte das wirklich machen, weil damit immer wieder auch Sicherheitslücken geschlossen werden, die Hacker eben ausnutzen. Und außerdem hat es noch als Nebeneffekt, dass man eben neue Funktionen bekommt oder die Programme besser werden, also Betriebssystem aktualisieren, Apps aktualisieren. Ist ein bisschen mühsam, aber lohnt sich wirklich. Was man ja auch öfter mal hört, ist, mir kann ja eigentlich gar nichts passieren, weil ich habe ja eine Antivirus-Software. Ich nehme mal aber an, so einfach ist es auch nicht, oder? Ne, so einfach ist es nicht. Wenn du eine Antivirus-Software hast, dann schützt es sich nicht davor, dass dein Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6 sein darf. Also darauf wird dich deine Antivirus-Software eben nicht hinweisen. Darauf weist dich dann der Passwort-Manager hin. Also eine Antivirus-Software kann ein Schutz sein, aber tendenziell wird das immer eher überbewertet, dass die Leute sagen, ich habe doch ein Antivirus-Programm, jetzt kann mir nichts passieren. Wenn ich auf einen gefährlichen Link in der E-Mail klicke, kann dann trotzdem noch was passieren. Es gibt eben Schadsoftware, die extra so gebaut ist, dass sie an Antivirus-Software sozusagen vorbei trotzdem den Computer infiziert. Also ist eine gute Idee, aber trügerische Sicherheit bietet das auch. Man sollte nicht alles andere, was wir heute besprochen haben, deswegen ignorieren. Ich persönlich habe jetzt einen Mac, also den Apple-Laptop und ich dachte eigentlich immer, da wäre der Schutz quasi eingebaut. Denen kann nichts passieren. Was ist da dran? Ja, das ist auch ein Mythos, sozusagen nur weil man ein Mac-Gerät hat oder ein iPhone vielleicht, ist man auf jeden Fall automatisch sicherer. Es ist tatsächlich so historisch, dass die lange als sicherer galten und dieser Ruf auch berechtigt war, weil sich die Angreifer einfach auf Windows-Computer und Android-Telefone konzentriert haben, weil die einfach weiter verbreitet sind. Aber iPhones und Mac-Computer sind auch so weit verbreitet, dass sie lukrative Ziele sind. Es gibt immer wieder spezielles Schadsoftware für Mac und iPhones. Also von daher, auch da ist man nicht gefeilt, bloß weil ein Apple-Zeichen auf deinem Gerät ist. Was seit ein paar Jahren auch immer häufiger angeboten wird, ist diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also dass man, um auf ein Benutzerkonto zu kommen, praktisch einen extra Schritt benötigt. Würdest du sagen, das erhöht die Sicherheit? Das würde ich sagen, auf jeden Fall. Das kann man eigentlich auch allen nahelegen. Das ist was, was ich zum Beispiel auf all meinen Konten habe, weil das einfach nochmal ein zusätzlicher Schritt zu den Passwörtern ist. Wenn jetzt mein Passwort irgendwo geleakt wird und ich kriege es nicht sofort mit, dann bräuchte der Angreifer auch noch Zugang zu diesem zweiten Faktor. Da gibt es einfach Apps auf dem Handy, wenn man danach sucht. Das ist sehr einfach einzurichten für die Accounts. Und wenn man es einmal eingerichtet hat, wirklich eine sehr gute Sicherheitsmaßnahme. Man könnte jetzt sagen, das ist ein bisschen nervig, weil da muss ich immer noch mein Passwort und diesen zweiten Faktor eingeben. Da kann man zum Beispiel dann das nur bei den wirklich sensiblen Konten machen. Bei dem Mail-Account, den man zentral benutzt, weiß ich nicht, wenn man Bitcoin als Digitalwährung hat, dann da das auch als zusätzlichen Schutz. Wenn man Online-Banking macht, dann das als zusätzlichen Schutz aktivieren. Genau, das ist eine gute Sache, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Vielleicht noch so eine Episode. Es gab ja diesen großen Politiker-Hack von dem Hacker mit dem Namen Orbit. Das war eigentlich ein Teenager, der sich die Passwörter aus diesen Datenbanken, die ich schon angesprochen habe, zum Großteil zusammengesucht hat von Politikern und Promis in Deutschland und Hunderte von ihnen gehackt hat. Viele hätten sich schützen können, wenn sie Zwei-Faktor-Authentifizierung gehabt hätten. Dann wären ihre Konten nicht zugänglich gewesen. Und so hat er eben diese Daten zusammengestellt und dann in einem Adventskalender, weil das war irgendwie um die Jahreswende, dann alles nach und nach veröffentlicht. Das war sozusagen peinlich für einige der Beteiligten. Und mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung hätte man das umgehen können? Ja, man hätte sich davor schützen können, weil wenn der Hacker dann die Passwörter kauft im Darknet oder auf den einschlägigen Foren, dann kauft er ja nicht automatisch auch Zugang zu diesem zweiten Faktor. Dafür bräuchte er physischen Zugriff aufs Handy, wo dann der zweite Faktor eben drin ist. Das ist so ein Zahlencode, oft sechsstellig, den man dann einfach noch eingeben muss, nachdem man sein Passwort eingibt. Und das hätte der Hacker nicht gehabt. Was leider auch in den letzten Jahren gefühlsmäßig immer mehr zugenommen hat, ist das Problem mit Online-Stalking. Gerade Frauen passiert das oft, dass sie vielleicht von einem Ex-Freund oder einem Ex-Ehemann übers Internet ausspioniert werden. Wie kann denn sowas eigentlich passieren? Also es gibt einen Markt von Apps, die einfach nur dazu gedacht sind, um Personen auszuspionieren. Das nennt sich Stalkerware. Das ist eine App, die installiert man auf dem Telefon der Zielperson und dann kann man im Grunde genommen das ganze Leben der Zielperson ausspionieren. Das ist natürlich höchst illegal. Es ist nicht immer einfach zu entdecken für die Zielpersonen und es ist sehr gefährlich. Diese Fälle gehen oft auch über zu Gewalt im echten Leben, zu physischer Gewalt, gehen mit häuslicher Gewalt einher. Da kann es dann von einer Gefahr in der digitalen Welt echt auch schnell sehr real in der physischen Welt werden. Und das ist was, was tatsächlich, da hast du recht, das nimmt tatsächlich zu. Es gibt Analysen, die eben sagen, dass die Stalkerware immer mehr verbreitet wird, immer häufiger installiert wird. Und wie würde eine Betroffene jetzt erkennen, dass solche Stalking-Software jetzt auf ihrem Smartphone ist? Das ist teilweise gar nicht so leicht zu erkennen, leider. Es gibt bestimmt Antivirenprogramme, die das tatsächlich erkennen. Es gibt auch einen anderen Indikator, wenn das Datenvolumen plötzlich total in die Höhe schnellt, obwohl man nicht angefangen hat, ständig mobil irgendwie YouTube-Videos in HD in Masse zu gucken, dann könnte auch was komisch sein, weil die Daten daneben abfließen. Das erkennt man natürlich leider nicht so schnell. Manchmal erkennt man es daran, dass das Telefon irgendwie langsamer wird oder der Computer irgendwie heiß läuft oder so. Das sind so Indikatoren, traurigerweise, also wenn man sich mit solchen Fällen beschäftigt, ist der schnellste Indikator, den die Betroffenen mitkriegen, ist halt echt, dass irgendwie der eifersüchtige Ex-Ehemann plötzlich viel mehr übers Leben wusste, als er wissen sollte. Und dann sollte man überlegen, könnte das nicht durch die Geräte sein? Man sollte aber auch gucken, dass man da nicht irgendwie Fehlalarm hat und irgendwie in falsche Panik verfällt. Das kann natürlich auch gefährlich sein in so einer Situation einfach für einen selber psychisch, wenn die eh schon belastend ist. Also einfach nach und nach schauen, Moment, wo könnte mein Ehemann beispielsweise in dem Fall jetzt noch Zugang haben? Was macht mein Telefon vielleicht komisches? Und dann die ganzen Apps durchschauen, die auf dem Telefon sind und wenn da eine App ist, die da nicht sein sollte oder sich eine App irgendwo versteckt, dann sollte man nachprüfen, ist das eine Stalker-App? Kann man einfach googeln. Irgendwie, wenn die dafür einschlägig benutzt wird, dann sollte man diese App schnellstens löschen. Wie kann man denn sowas denn schon im Vorfeld verhindern? Also ein Beispiel nach einer Trennung. Was ist das Erste, was eine Frau tun sollte, wenn der Mann, naja, irgendwie komisch ist und auch Zugriff auf die Online-Konten hatte? Die Passwörter verändern. Es ist tatsächlich was, was immer wieder vorkommt, dass es einfach über die normalen Konten geschieht. Also beispielsweise, dass sich ein Paar die iCloud geteilt hat oder dass sich ein Paar ein Mail-Konto geteilt hat oder dass der Ehemann oder Ehefrau einfach beide eben wussten, wie die Zugangsdaten zu dem zentralen Mail-Konto sind und dann muss man diese Passwörter alle ändern. Sonst ist darüber weiterhin ein Zugriff möglich und da sind ja sehr sensible Daten auch drin. Ist vielleicht die beste Lösung, auch in einer Beziehung, einfach seine Passwörter für sich zu behalten? Ja, also ich weiß nicht. Es kommt natürlich ganz auf das eigene Verständnis von Romantik und Beziehung. An meinem Verständnis von Romantik entspricht es jetzt nicht, irgendwie, dass ich in das Telefon meiner Partnerin schauen kann. Von daher ist es eigentlich ja nicht so wichtig, denke ich auch. Es gibt oft diese Situation, dass die Frauen tendenziell denken, Moment, IT-Sicherheit ist irgendwie kompliziert, das soll mal der Mann machen und so. Dabei ist das eigentlich gar nicht so kompliziert. Da sollte man einfach selber ja ein bisschen selbstbewusster mit der Technologie vielleicht umgehen, sich damit beschäftigen. Am Ende kann sich das auch auszahlen. Ich finde ja auch, Hass im Netz gehört auch irgendwie zur Cybersicherheit. Leider trifft das oft auch wieder Frauen. Was können die denn machen, wenn sie online angefeindet oder bedroht werden? Das ist tatsächlich ein Phänomen, was auf Social Media total viel stattfindet. Facebook, Twitter, Instagram. Man kann diese Nutzer melden. Dann prüfen die Netzwerke, ob ein Beitrag eben gegen die Richtlinien verstößt von denen. Man kann auch einfach eine Online-Anzeige stellen. Gerade die Gesetzgebung wurde verschärft, dass dort effizienter dagegen vorgegangen werden soll mit der Novellierung des Netz-DG. Die ist leider noch immer nicht in Kraft, aber das wird bald kommen, dass da mehr Ressourcen einfach bei den Strafverfolgungsbehörden sind und dieser schöne klischee-mäßige Satz, das Netz darf kein rechtsfreier Raum sein, den Politiker dann gerne sagen, der ist tatsächlich lange nicht wahr gewesen, was so Hass im Netz angeht. Es war oft ein rechtsfreier Raum, aber da ändert sich jetzt gerade und in den letzten Jahren echt viel. Es gibt viele Spezialstaatsanwaltschaften, an die man sich wenden kann. Also ich würde nur ermutigen, wenn da strafbare Sachen passieren oder möglicherweise strafbare Sachen, Anzeige zu erstatten und dann kann man doch inzwischen mehr darauf hoffen, dass die Strafverfolgungsbehörden da tatsächlich was machen. Noch ein anderes Thema, Diebstahl. Passiert ja auch, wenn das Smartphone gestohlen wird oder es geht verloren. Das ist mir ehrlich gesagt beide schon passiert. Doofe Situation auf jeden Fall, aber was wäre denn die Möglichkeit, das Handy wiederzufinden? Also es gibt Programme, sowohl auf den Android-Geräten als auch auf den iPhones von Apple, mit denen man das eben orten kann, das Gerät, mit denen man das wiederfinden kann. Bei Apple heißt es beispielsweise Find My Phone. Die sollte man auf jeden Fall aktiviert haben. Das wird man am Anfang schon gefragt bei der Einrichtung des Geräts und das alleine ist schon hilfreich. Das habe ich sogar auch schon machen müssen. Da wurde mir dann via GPS auf einer Karte angezeigt, wo mein Handy liegt. Genau, genau. Da wird der letzte Standort angezeigt. Man kann auch so eine Funktion aktivieren, dass das beispielsweise bevor die Batterie ausgeht auch nochmal den Standort schicken soll. Dann weiß man zwar noch nicht, wer es hat, aber man weiß zumindest, wo es ist. Das können natürlich die Diebe auch umgehen, indem sie das sozusagen ausschalten, das Telefon. Aber irgendwann wird es dann oft auch aktiviert. Sonst kann man als Dieb damit ja auch nicht viel anfangen. Ja, genau diesen Fall hatte ich witzigerweise auch schon mal. Mein Handy wurde mir gestohlen. Es war aus. Und ein halbes Jahr später, da hatte ich mir schon längst ein neues gekauft, ziemlich creepy, wurde es dann irgendwo in Asien wieder angemacht. Oh wow. Und hast du es zurückbekommen? Nee, natürlich nicht. Das ist bis heute verschwunden. Aber wie kann ich denn wirklich sicher gehen, dass meine Daten für die Diebe verschlüsselt bleiben? Also auf den neueren Telefonen ist das automatisch so. Auf den Computern übrigens auch. Also den Fall gibt es ja auch. Und auf den Tablets, wenn die gestohlen werden oder wegkommen, dass diese Daten sind verschlüsselt, bis du dein Kennwort eingibst. Es ist einfach auch da aus dem Grund keine gute Idee, wenn das Kennwort 1234 ist, weil dann werden die Daten entschlüsselt, wenn es entsperrt wird, das Gerät. Genauso das Passwort für einen Laptop oder für ein Tablet, was man da immer eingeben muss, bevor das sozusagen hochgefahren wird und komplett zur Verfügung steht, sollte auch sicher sein, weil danach werden diese Daten entschlüsselt. Und wenn das aber ein gutes Passwort ist, dann sind diese Daten auch verschlüsselt. Dann ist so ein Gerät, wenn das sicher gesperrt ist, auch nicht besonders wertvoll für Diebe, weil die eben einfach nicht an die Daten rankommen und weil sie auch nicht ans Gerät rankommen und sie es auch nicht zurücksetzen können. Heißt also auch hier, mit einem guten Passwort bleibt das relativ sicher? Ja, genau. Man kann natürlich Fehler machen, wenn man ein gutes Passwort hat, trotzdem, wenn du das Passwort dann irgendwie auf die Rückseite des Telefons schreibst, dann ist es halt schon nicht mehr so gut. Wenn du das Passwort dir über Konten im Klartext zugeschickt hast, die aber kompromittiert sind, dann ist es auch nicht gut. Das ist auch ein ganz beliebter Fehler, den Leute machen, dass sie sich per E-Mail einfach eine Liste ihrer Passwörter schicken. Wenn jetzt dieser E-Mail-Account aber nicht gut gesichert ist, dann ist das halt ein Jackpot für irgendwie Hacker oder Diebe. Und das ist sozusagen auch nicht gut. Also ein gutes Passwort alleine, super, aber man darf auch nicht noch so ein paar Fehler, wie die eben genannten Ebenen, begehen. Max, letzte Frage. Denkst du denn, wir müssen uns in Zukunft mehr sichern, wenn wir online unterwegs sind? Oder sieht es so aus, dass das Netz in den letzten Jahren schon irgendwie sicherer wurde? Das Allerwichtigste, wenn ich irgendwie mit Leuten darüber spreche, so auch im Bekanntenkreis, wenn ich da irgendwie gefragt werde, ist immer, dass ich merke, dass es irgendwie so eine Hürde gibt und die Leute Angst haben und denken so, oh, das ist so aufwendig. IT-Sicherheit ist im Grunde genommen nicht kompliziert und es wurde in den letzten Jahren sogar immer einfacher. Es gibt beispielsweise Tools von Apple und Google, die automatisch erkennen, ob dein Passwort in so einem Datenleak aufgetaucht ist. Das ist eine total gute Errungenschaft. Jetzt kann man sagen, es ist blöd, dass das Silicon Valley wieder die Probleme für uns löst und man das nicht irgendwie anders geregelt gekriegt hat, vielleicht vom BSI oder Behörden, die dafür zuständig sind. Aber so ist es nun mal. Also es ist immer leichter geworden, sich gut zu schützen. Gleichzeitig sind die Cyberkriminellen auch immer besser geworden. Also das ist so ein Wettrennen. Es sollte auf keinen Fall Leute denken, dass das kompliziert ist, sondern diese Sachen, die wir heute genannt haben, gute Passwörter, Updates machen, Passwortmanager zum Beispiel zu benutzen, nicht so ein paar blöde Fehler zu begehen. Das ist was, was jeder machen kann, was gar nicht so aufwendig, ist und was sich halt echt lohnt. Weil ich baue auch nicht in einem total teuren Haus mit wertvollsten Gegenständen irgendwie nur so einen Schieberegler an der Tür ein und ich lasse dann auch nicht meinen Schlüssel draußen liegen. Und genau das sollte man mit seiner Online-Sicherheit auch machen. Das war's für heute. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschläge einfach eine Mail schreiben an smarterleben at spiegel.de Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Os03 Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.